Wir haben in Berlin mit dem ÖBS, dem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose geschaffen, die sozialversicherungspflichtig und existenzsichern sind. Damit haben wir vielen Menschen eine berufliche Perspektive gegeben und wir sind jetzt hier in den Räumen vom Sozialmarkt. Der wird von Goldnetz betrieben und bei dem Sozialmarkt werden unterschiedliche Dinge aufgearbeitet, hergestellt, die dann in sehr schönem Ambiente für einen kleinen Obolus an Menschen abgegeben werden, die Hartz IV oder Sozialhilfe erhalten. Wir waren eben in der Fahrradwerkstatt. Dort werden gespendete Fahrräder wieder aufgearbeitet, denn auf den Sozialmärkten angeboten. Wir sind jetzt in der Holzwerkstatt. Hier wird sowas hergestellt oder auch solche Dinge. Dies alles wird von ÖBS-Kräften gemacht. Die ÖBS-Kräfte arbeiten nicht nur in den Werkstätten, sie akquirieren auch die Spenden, sie holen sie ab, sie bieten ja auf dem Sozialmarkt an und auch hier bei den Sozialmärkten wurde die Anzahl der ÖBS-Stellen um mehr als die Hälfte reduziert, wobei positiv ist, dass es uns nochmal gelungen ist, zum Ende der letzten Legislaturperiode hier 40 neue ÖBS-Stellen zu installieren. Aber trotzdem steht die Zukunft des Sozialmarktes in Frage, weil unklar ist, was mit den ÖBS-Stellen wird. Die Menschen, die hier arbeiten, haben zum größten Teil keine Chance auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Ich habe mir jetzt noch einen Schal aus der Nähwerkstatt umgelegt. Also all die Dinge zeigen, wie viel Kompetenzen und Fähigkeiten in diesen Projekten stehen und was in den Menschen steckt, die hier arbeiten. Und deshalb ist es besonders schade, wenn der ÖBS jetzt abgewickelt wird, um nicht zu sagen, das ist eine Katastrophe. Klar ist von der Landesregierung, von der Rot-Schwarzen aus, dass sie den ÖBS abwickeln wollen. Was sie stattdessen machen wollen, das ist unklar. Und tagtäglich laufen in Berlin ÖBS-Stellen aus und die Menschen gehen zurück in die Arbeitslosigkeit und sie haben keine Alternative.